Hallo zusammen, ich würde euch gerne als Dankeschön eine Abstimmung für einen kommenden Livestream anbieten. Und zwar werdet ihr dann die Abstimmung in den Community-Tab finden und das erste Thema wäre Raunächte, Weihnachten und Silvester. Ich denke, das ist ja dann zu diesem Zeitpunkt recht aktuell. Das zweite wählbare Thema wäre offene Themenrunde, ergibt sich im Stream. Ein, zwei Sachen würde ich vielleicht vorbereiten, aber ich bin da gespannt, wohin uns eure Fragen und Wünsche führen in diesem Stream. Und als drittes Thema, Bewusstsein, Spiritualität, erkenne dich selbst. Das wir ja so ein bisschen in uns gehen und wie man das vielleicht mit dem Bewusstsein und so weiter erreichen kann. Dabei wünsche ich euch viel Spaß bei der Abstimmung, freue mich drauf und hoffe bis zum nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.